Hallo Kinder, ich bin Uli Potowski und die meisten kennen mich, wenn ich aus einem solchen Stadion berichte, weil ich normalerweise Fußballreporter bin, bei einem Fernsehsender, der heißt Sky, da muss man extra für bezahlen, aber da kriegt man ein ganz tolles Fußballangebot, aber deshalb spreche ich nicht zu euch, sondern weil ich auch so ganz nebenbei Kinderbücher schreibe. Und dann sitze ich hier an meinem Schreibtisch, mitten im Stadion sozusagen, und schreibe mir etwas auf. Das Buch, von dem ich euch jetzt ein bisschen was erzählen möchte, das gibt es noch gar nicht. Das gibt es erst im nächsten Frühjahr 2014 und das Buch wird handeln von einem Jungen, der heißt Manolo. Und Manolo ist ein brasilianischer Junge und da werden die Experten unter euch sagen, ja, richtig, Brasilien, Fußball-Weltmeisterschaft 2014, Deutschland ist qualifiziert, das ist eine Geschichte, die könnte uns interessieren. Die sollte euch interessieren, denn Manolo hat beim Playstation-Spielen plötzlich eine unheimliche Erscheinung. Er hat nämlich die Möglichkeit, das muss ich jetzt ganz leise sagen, weil das unter uns bleiben muss, er hat nämlich die Möglichkeit, mit Messi, ja mit Messi, dem argentinischen Weltstar, der für Barcelona spielt, zu kommunizieren. Also er kann mit ihm sprechen und Messi kann ihm Tipps geben und dieser Messi gibt unserem Manolo Tipps, damit er ein wichtiges Spiel gewinnen kann. Geheime Tipps. Manolo spielt für einen etwas kleineren Kölner Verein, nämlich für Viktoria Köln. Und Manolos Mannschaft muss gegen den großen 1. FC Köln spielen und das ist ein eigentlich unschlagbarer Gegner. Aber mit den Tipps von Messi könnte es vielleicht klappen. Aber diese Geschichte mit Messi, die ist sehr unheimlich. Immer wenn Manolo den Computer anmacht oder die Playstation, um mit Messi zu sprechen, wibbert es, wabbert es, brummt es aus den Boxen. Und dieser Messi stellt auch ein paar Bedingungen an Manolo. Ihr müsst wissen, dass Manolo noch einen aller allerbesten Freund hat. Der heißt Stuart. Und Stuart ist ein englischer Junge. Der Name verrät das schon ein bisschen. Die beiden spielen zusammen in einer Mannschaft. Und dieser Stuart, der hat einen kleinen Nachteil. Der Papa von Stuart ist nämlich Trainer hier in Köln von Galopp-Rennpferden. Also Galopp-Rennpferde sind diese hier. Und der Papa von Stuart, der sagt, Junge, wir sind Engländer, wir sind vornehme Engländer. Wir trainieren die Pferde von Baron Ulliman. Du musst einen Anzug tragen. Und jetzt mal ehrlich, wenn man so zehn oder elf Jahre alt ist oder neun Jahre alt ist und einen Anzug tragen muss mit Krawatte, wenn man zur Schule geht, da fühlt man sich nicht ganz wohl. Und dieser Stuart, der macht das ganz clever. Der geht nämlich ganz oft zu Manolo. Der leiht ihm so ein paar Sachen. Und dann sehen die beiden aus wie ganz coole Hip-Hopper. Tja, das sind Manolo und Stuart. Und jetzt kommt eine schlechte Nachricht. Und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich euch die beibringen soll. Die beiden haben eine gemeinsame Freundin. Die heißt Camille. Camille au Port-au-Prince. Ein sehr hübsches, außergewöhnliches Mädchen. Die trägt die beklopptesten und verrücktesten Sachen der Welt. Und interessiert sich auch für Fußball. Ja, und es läuft in diesem Roman auf ein ganz besonderes Spiel hinaus. Auf ein ganz wichtiges Spiel. Und der Vater von Manolo, der eigentlich in Brasilien wohnt, der taucht bei diesem Spiel auf. Und auch der hat einen magischen Tipp für Manolo. Die Mama von Manolo arbeitet übrigens beim Fernsehen. Sie ist Fußballmoderatorin. Was für ein Zufall. Und diese Geschichte, ich verspreche euch, wird euch in den Bann ziehen. Es ist ein bisschen magisch. Ein ganz klein wenig unheimlich. Es geht um ganz, ganz viel Fußball und um entscheidende Tore. Ach ja, ich bin ja der Fußballreporter. Und in dem Roman gibt es dann die große Reportage. Ungefähr so. Stuart steht hinten. Müsste den Ball wegschlagen. Trifft ihn jetzt aber nicht. Voll ein Querschläger ist das. Der Ball geht auf das eigene Tor zu. Aber der Keeper von Viktoria Köln kann den Ball im letzten Moment festhalten. Wirft ihn ganz schnell auf Manolo. Manolo auf der Rechtsaußenposition. Manolo startet durch. Unglaublich, was für ein Tempo Manolo vorliegt. Ja, und was macht Manolo dann? Er schießt irgendwann auf das Tor des 1. FC Köln. So hoffe ich jedenfalls. Ja, Kinder, der Roman ist noch nicht ganz fertig, um ehrlich zu sein. Ihr müsst wissen, dass man da ganz, ganz lange daran schreibt. Hier ist das sogenannte Manuskript. Wollt ihr mal einen Blick reinwerfen. Also das sieht noch nicht so richtig aus wie ein Buch. Guckt mal da unten in der Ecke zum Beispiel. Finde ich es. Ja, da. Da sind Anmerkungen von der Lektorin drauf. Das heißt, das ist die Steffi, die das für mich macht. Die schreibt mir dann immer noch mal ein bisschen was rein. Kannst du da noch was verändern und was anders machen und so. Das mache ich gerade. Und ja, der beste Kicker des Universums ist also noch nicht ganz fertig. Hier in meinem Kopf ist er. Noch nicht ganz aufgeschrieben und noch nicht ganz erzählt. Aber es ist auf dem besten Wege, alles fertig zu werden, sodass ihr im Frühjahr 2014 den besten Kicker des Universums kennenlernen könnt. Eines noch und mehr verrate ich dann wirklich nicht. Manolo hat auch einen Hund. Und dieser Hund wiederum hat eine sehr merkwürdige, ich möchte fast sagen, Krankheit. Er hat eine Ballallergie. Ja, der hat Angst vor Fußbällen. Ein Hund, der Angst vor Fußbällen hat. Und generell vor Bällen. Und deswegen heißt dieser Hund nichts von Messi. Weil er überhaupt nichts hat von Messi, diesem großen Fußballer. Und der wiederum, ach das wisst ihr ja schon, der gibt unserem Freund Manolo die allerbesten Tipps. So, das war mein kleines Adventsgeheimnis für euch. Schöne Weihnachten. 2014 gibt's dann den besten Kicker des Universums.